Guten Tag, mein Name ist Dr. Luca. Du bist ja letztens zu mir gekommen und hast gesagt, du hast Heimweh, weil du zu lange in einem anderen Land warst. Und ein Tipp von mir ist, lies Harry Potter, weil der Harry, der geht ja auch nach Hogwarts und dort ist er ja auch eine längere Zeit sozusagen ohne seine Stiefeltern. Der mag die zwar nicht, aber es sind ja trotzdem seine Eltern ist ja trotzdem sein einziger Bezugspunkt und deswegen würde ich dir empfehlen Harry Potter zu lesen und ja, es ist ein spannendes Buch. Schreibt hier mal ein Rezept auf? Bitteschön. Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's nicht eingeladen. Vielen Dank.